Willkommen zu meinem Review-Video des Brandzone Mobile Aircoolers Wissvoter Cooling, dem Testgewinner 2023. Dieser Mobile Luftkühler ist ein kompaktes Gerät mit einer erheblichen Wirkung und eignet sich perfekt für heiße Sommertage. Im Gegensatz zu herkömmlichen Ventilatoren kühlt er die Luft zuerst, bevor er sie bewegt, was ihn noch effektiver macht. Der Brandzone Luftkühler bietet drei Modi, Luftkühlung, Naturmodus und Nachtmodus. Der Nachtmodus startet auf mittlerer Stufe und reduziert die Lüftergeschwindigkeit nach 15 Minuten, um eine optimale Kühlleistung bei geringem Betriebsgeräusch zu erreichen. Mit dem 7-Stunden-Timer können Sie den Luftkühler nach Bedarf ein- und ausschalten und so Stromkosten sparen. Mit drei Geschwindigkeitsanstellungen haben Sie die volle Kontrolle über die Intensität der Kühlung. Das Gerät kann mit der Fernbedienung oder direkt am Gerät gesteuert werden. Wenn der Wassertank leer ist, schaltet das Gerät automatisch ab. Bitte beachten Sie, dass der Kühlungseffekt hauptsächlich im Luftstrom erzielt wird und dass eine Klimaanlage erforderlich ist, um die Raumtemperatur nachhaltig zu senken. Der Brandzone Luftkühler wird mit zwei Eispacks für den Wassertank geliefert und ist GS-Sicherheits geprüft. Mit einer Wasserbehälterkapazität von 5 Litern und einem Luftvolumen von 280 m³ h ist er ein leistungsstärkes Gerät. Die Abmessungen betragen 25 cm Breite x 26 cm Länge x 72 cm Höhe mit Rädern und das Gerät ist einfach zu bewegen. Es ist keine Installation erforderlich. Der Brandzone Luftkühler ist der Gewinner des Live & Living Evo 2023 in der Kategorie Luftreiniger und Ventilatoren und gehört zu den beliebtesten Anbietern in Deutschland. Mehr als 50.000 Kunden wurden befragt und hoben unter anderem die Produktqualität, das Preis-Leistungs-Verhältnis, das Angebot und den engagierten Kundenservice hervor. Jetzt kommen wir zu den Bewertungen. Ein Kunde bewertete das Gerät mit drei von fünf Sternen und bemerkte, dass es keine Klimaanlage ersetzt, aber an bestimmten Stellen der Wohnung hilft, das Klima etwas kühler zu gestalten. Ein anderer Kunde gab dem Gerät vier von fünf Sternen und lobte die Verarbeitung und Stabilität des Geräts. Ein weiterer Kunde gab dem Gerät fünf von fünf Sternen und empfahl es für Erdgeschosswohnungen oder gut isolierte Räume. Zusammenfassend ist der Brandzone Mobile Air Cooler Wiss Voter Cooling ein leistungsstärkes und effektives Gerät, das Ihnen an heißen Sommertagen Erleichterung verschafft. Es ist einfach zu bedienen und zu bewegen und bietet eine Vielzahl von Funktionen, um die Kühlung nach Ihren Bedürfnissen anzupassen. Obwohl es keine Klimaanlage ersetzt, ist es eine großartige Ergänzung für jeden Raum, der eine zusätzliche Kühlung benötigt. Vielen Dank fürs Zuschauen!